Ich habe mich nur gefragt, ob Sie irgendwann mal, Sie wissen schon, naja, mal ausgehen möchten. Ein Kaffee wäre echt gut. Jetzt? Na klar, jetzt. Ich halte mich gut fest. Sie heißt Safe. Ich weiß, das hört sich total verrückt an, aber sie ist vielleicht die eine. Sie ist wirklich umwerfend. Ihr werdet sehen. Und was Neues? Sie hat ihn geghostet. Ich wette, sie hat deine Nachricht nicht gelesen. Sie ist beruflich sehr viel unterwegs. Flieg zu ihr. Ich fliege nach London. Sie verstehen das. Das ist eine große romantische Geste. Das ist unglaublich, mein Freund. 8000 Kilometer, um eine Frau zu überraschen, die Sie nur einmal getroffen haben. Besonders, weil Sie sie ja geghostet hat. Nein, 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 sie hat mich nicht geghostet. Ihr Vertrag sieht nur kein Roaming vor. Ah, verstehe. Wo bin ich? Oh, scheiße. Sie haben den falschen Mann erwischt. Ich bin ein Farmer. Nein. Kannst du laufen, Cole? Sadie. Wer bist du? CIA. Die Fragen drehten sich alle um irgendeinen Tax-Man. Es ging denen um den Tax-Man? Die glauben, dass ich der Tax-Man bin. Du bist der Tax-Man. Halleluja. Halleluja. Dank dir wurde ich gekidnappt und gefoltert. Nach nur einem Ding. Ich habe einen Stein verschluckt. Du bist doch nach London geflogen. Es war eine romantische Geste. Setz hier den Kopfgeldjäger auf den Kontinent aus hier an. Bring sie zu mir. Lebendig. Hier geht es um mehr als um dich und mich. Hast du nie daran gedacht, dass er ein feindlicher Agenz sein könnte, der deine Mission gefährden möchte? Wer zum Geier bist du? Ich bin mit dir zusammen. Vertraust du mir? Soll das ein Scherz sein? Ich schade dazu. Soll das ein Scherz sein? Ich habe Ihnen gall Piet pent-In auf jeden Fall zum Geierbed preparation. Das ist die Zeit, es ist die Zeit. entscheidet dich. Ich habe Ihnenbesche cruise.